Ich glaube also die Grundfrage, ob wir nicht uns mit demokratischer Politik, auch mit sozialdemokratischer Politik in die Tasche lügen und sagen, wir machen das und das bleibt aber bei Kosmetik, ist eine wichtige. Ich weiß von vornherein, dass ich das nie akzeptieren würde, die systemische Antwort, aber man kann sich ja selbst testen. Vielen Dank.